Ich trage sonst immer schwarz und habe Pulli an und bin ungeschminkt. Aber heute ist Echo und man kann sich auch mal schick machen jetzt. Ja, absolut. Du, wir würden ein Spielchen mit dir nach vorne gehen. Und zwar heißt das Spiel, mit wem würdest du eher knutschen? Okay, bin ich gespannt. Wir fangen mal an. Ich knutsche überhaupt nicht gern. Mich gern? Ja. Platz 100 meiner besten Liste. Aber ich sage dir, bei diesen Männern wirst du noch mal drüber nachdenken. Okay, ich bin mal gespannt. Und ich finde zurzeit gar keinen Süß. Okay, da bin ich gespannt. Okay. Du musst dich aber immer für eine Person entscheiden. Okay. Drake oder Justin Bieber? Okay, Justin Bieber. Justin Bieber oder Jan Böhmermann? Oh, Jan Böhmermann. Jan Böhmermann oder Kollegah? Jan Böhmermann. Jan Böhmermann oder Mark Forster? Jan Böhmermann. Na siehste, Jan Böhmermann oder... Aber der ist schlau deshalb. Ja. Ich glaube deshalb. Aber er ist nicht mein Typ. Aber er ist schlau. Das finde ich auch immer sexy. Kann ich gut verstehen. Okay, dann Jan Böhmermann oder Mike Singer? Jan Böhmermann. Jan Böhmermann oder Leonardo DiCaprio? Jan Böhmermann, ja. Jan Böhmermann oder Udo Lindenberg? Jan Böhmermann. Hi an Jan. Jan Böhmermann oder Joko und Klaas? Immer noch Jan. Ja. Oh, ich glaube ich habe meinen Traummann gefunden. Oder? Vielleicht sollte ich ihn einfach mal ansprechen. Oder mir mal die Nummer geben lassen. Ja, scheinbar. Das war's schon. Danke schön. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.